. Ja, ja, wir sind für Fernsehen da. Wir sind für Fernsehen da. Das ist gut. Ich komme nochmal wieder. Guten Morgen. Ich hoffe, dass die SPD gewinnt und als Koalitionspartner, glaube ich, würde ich mir die Piraten wünschen. Das wird natürlich nicht passieren, aber ich glaube, das wäre ganz lustig. Ich denke, die wird so ausgehen, dass Grüne und SPD zusammen eine Regierung bilden können. Das ist meine Meinung und entsprechend gewählt habe ich auch. Und ich hoffe, dass es so ausgeht. Ja, das wird so aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020